Welcher dieser Artikel? Interrogativ und Demonstrativ. Ab den Punkt, Welcher, 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 Welcher? Jetzt haben wir die Nominative und die Dative. Das ist auch ein Beispiel. Wir sagen, zum Beispiel, der Mann. Wenn wir einen Mann sagen, wir sagen, welcher Mann? Weil wir die A? Wir sagen, welcher Mann? In der Ausbildung, wir sagen das gleiche. Dieser Mann. Okay, wir sehen uns in der Nuitkhal, in der Nuitkhal, das Kind. Wir schauen auf das. Welches Kind? Wir sagen das S für welches. Wir sagen das Kind, dieses Kind. Okay, das Feminiere. Die Frau. Wir schauen auf das A. Wir schauen auf das O. Welche, das A, wir sagen das. Welche Frau? Okay, diese Frau. Diese Frau. Wir sehen das Plural. Die Leute. Welche Leute? Diese Leute. Ich denke, es ist nicht wahr. Der Akkusativ ist wie es, mit dem Motoren zu ändern. Wir sagen den Mann. Welchen Mann. Wir sagen den Mann. Diesen Mann. Und das Bögen, wie wir uns gesagt haben. Der Akkusativ ist dem Mann. Es sind in der M, das vibrativ ist dem imalige. Nein, das ist dem popšal. Wir sagen den Mann. Ich sage das별 Mann. Der Akkusativ ist der Mann. Der Akkusativ ist der Nudlet. Die person ist der Mann. Das ist der Mann. Das surveill personally. Mit Lektion oder mit Aufgabe 1. Nominativ. Was passt zusammen? Kombinieren Sie. Wir haben welcher Kollege. Ich sage, diese, 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 diese. Was wählen wir? Was passt zu 1? Ich? Ja. Ich sage, welcher Kollege? Ich sage, dieser. Ich sage, dieser. Super. C passt zu 1. Frau Handa. Welche Tür? Ich sage, ich sage, welche Tür? E-Tab. Diese. Genau. Diese Tür. Tür. Ich sage immer A und B. Okay. Okay. Herr Ahmed, welches Buch? Drei. Dieses. Genau. Super. Dieses Buch. D. Frau Handa. Welche Socken? E-Jawabit. Nummer B. Genau. Genau. Diese auch. Okay. Wir gehen jetzt zur Aufgabe 2. Nominativ ergänzen Sie die Endungen. Frau. Der Mantel, die Hose, die Schuhe, das Kleid, die Jacke, das T-Shirt, der Anzug und die Socken sind schön. Ich sage, die Schuhe, das Kleid, die Lippe, die Jacke, das T-Shirt, der Anzug, die Lippe. B. Und die Socken. Die possono? Die Socken Ich sage, diee Auf Wiedersehen, die Kol brands evolrä снģ. Ich sage, die Soocken, die Sachen? Das sind die Sachen und so. Das ist das ist das Ziel. Aufgabe 2 Welche Hose Die Frau sagt Welche Hose Sagen wir Diese Hose oder diese Diese Hose Genau, diese Hose Super Nummer 3, welche Schuhe Diese Schuhe Okay Herr Ahmed, welches Kleid? Dieses Genau, dieses Frau Handa, welche Jacke? Diese Jacke Diese Jacke Herr Ahmed, welches Halstuch? Dieses Okay Die Schuhe Das ist natürlich nicht Twin, sondern Hand Und Ich möchte das Okay Herr Ahmed, glaube ich Welche Schuhe Genau Bei Wie Okay, Frau Hunter, welche Stiefel? Was bedeutet Stiefel? El Boot. El Ahzial. Okay. Diese? Diese, okay. So, jetzt kennen wir Aufgabe 3. Nominativ ergänzen Sie die Endungen. Wir haben die Endungen gesagt, Kindergärznerinnen, die in den Kindergarten, die in den Kindergarten, die in den Kindergarten, die in den Kindergarten. Welche Kinder sind denn Ihre Kinder, Herr Ahmet? Welche Kinder? Genau, genau, super. Welche Kinder? Einen Kinder? Die Mutter sagt, das kleine Mädchen, da rechts, El Bintus Fagira, Hunaka, Kiliamin, Und der blonde Junge. Und der Schab, El Ashkar, da hinten, in den Kopf. Okay, die Kindergärtnerin, Frau Handa? Diese Mädchen? El Adate war Mädchen. Dieses? Genau, dieses Mädchen. Denn das Mädchen. Ja, dieses Mädchen. Herr, die Hildbin. Okay. Mutter? Ja, hallo, Lisa. Merhaba. Lisa, Kindergärtnerin. Und welcher Junge? Welcher? Genau. Und welcher Junge? Die Mutter sagt, Dies, blonde, süße Junge, da hinten. Möder, nur duif. Süßer. E-R. Oder E-R. Genau. E-Sar. Blonde. Dieser blonde, süßer. Okay. Kindergärtnerin, Herr Ahmad, wo? Dieses. Genau. Dieses Kind war. Okay. Dieses Kind war problematisch. Keine Muschkele. So. Wir gehen dann auf Aufgabe 4. Zu Aufgabe 4. Nominativ und Akkusativ. Wir gehen dann auf die Anungen. Wir gehen dann auf die Anungen. Wir gehen dann auf die Anungen. Frau Handa, Linda. Welche Tasche? Das ist so. Und das ist so. Dieses hier oder dieses hier. Okay. Ich finde diese schöner, aber welcher ist auch gut zum Einkaufen. Ich finde diese schöner, ich finde diese schön. Aber welcher ist auch gut hier? Einerseits auch gut zum Einkaufen. Linde oder Handa? Keine, aber das ist sehr egal. Ich nehme diese. Okay, nein, nein. Aber das ist nicht wichtig. Ich werde diese. Aufgabe 5, was passt zusammen? Ergänzen und kombinieren sie. Also müssen wir die Frage auf die Frage auf die Frage auf die Frage auf die Frage. Ja. Ja. Herr Ahmet, mit welch? Mit welcher, vorhin denn gehst du ins Kino? Ja. Möken... Mit welcher, ER oder? ER. Er, okay. Von Thomas? Er... Ente fahimte ssoal? Er... Mit... 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 Er... 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 B mit Zuzana. B mit Zuzana, okay. Wenn das so long zu lösen? Sue, welcher Artists... Wie kannst duĩn. Ich brauch E... A.. E just? Alright? Er,... Wercher, Artists... Nein, ich will das Dativ sein. Das ist das Dativ. Das ist in das Dativ? Ja. Das ist das Dativ? Das heißt, ich bin das Dativ auch. Wir haben nicht gesagt, das ist nicht das Dativ. Ich habe mich mit dem Dativ verabschiedet. Ich habe das Dativ verabschiedet. Das Dativ. Das Dativ wird das Dativ. Das ist das Dativ. Das ist das Dativ-Dativ. Er, er. Er. Ich schicken. Schreiben wir Ihnen. Wir haben welche, er. Die Freundin, für das Dativ der Freundin, für welche Freundin. Zu welchem Artist gehst du? Ja. Zu Dr. Schneider. Genau. Richtig. Zu Dr. Schneider. Okay. Ahmet, aus? Aus welchem Land kommt Geroß? Er. Das Land. Das Land. Das Land. Das Land. Okay. Aus welchem Land kommt Geroß? Ja. Ich weiß nicht. Aus Frankreich. Genau. Hier, nicht aus Frankreich. Wenn ich aus Frankreich sage, ich komme aus Frankreich. Aber hier, eine Frage. Wenn ich aus Frankreich sage, muss ich auf die Sprache sagen. Die ist wichtig. Okay. Okay. Jetzt Frau Handa, bei? Bei welcher Lehrerin haben wir Unterricht? Okay. Okay. Mit einer Lehrerin? Mit einer Lehrerin? von Thomas. Lehrerin. Lehrerin. Bei... bei der jungen Nitten. Okay. Bei der jungen Nitten. Bei der jungen Nitten. Bei der jungen Nitten. Herr Ahmet, von welchen Nitten. Von welchem Freund hast du das Geschenk? Von Thomas. Von Thomas. Von Thomas. Von Thomas. Von Thomas. Wir sehen uns, dass die Sprache der Sprache der Sprache sind. Also, mit war. Zu war. Aus war. Bei, von war. Jetzt Frau Handa, welchen? Welchen kannst du helfen? Welchen kannst du helfen? Welchen kannst du helfen? Genau. Ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Ein Kind. Jetzt gehen wir zur Aufgabe 6. In der Klasse für Fossil Nominativ, Akkusativ und Dativ. Ergänzen Sie die Endungen. Ich bin sie. Das ist die Ecke. Welchen lernen wir heute? Ja. Welchen lernen wir heute? Ein Kind. Ich bin ein Kind. Ein Kind. Er heißt hier, Fajr Blau Bais. Ich bin ein Kind. Das ist der Name. und welche übungen waren die hausaufgabe und übungen ja und welche übungen wenn nur die übungen waren die hausaufgaben diese hier auf seite 63 mit welche mit welcher nein mit welchen mit welchen hast du früher gelernt diese hier auf seite 63 mit welches buch findest du besser dieses hier oder studio g genau dennos diese hier oder studio g genau diese hier oder studio g genau diese hier Ich bin sehr gut. Was ist ein Buch? Das ist ein Buch zu machen. Das ist ein Buch. Die beiden sind alle gut. Und gut gut. Welche Buch haben Sie in der Vergangenheit? Herr Ahmet? Ich hatte dieses hier. Genau. Ich habe das hier. Das ist das hier. Okay. Nummer 7. Nominativ, Akkusativ und Dativ. Ergänzen Sie die Endungen. In welchem Raum lernen wir heute? Frau Handa? In welchem Raum? In welchem Raum? In welchem Raum? In welchem Raum wir heute? Herr Ahmet? Ich glaube, wir bleiben in in dieser hier. In diesem hier. Genau, in diesem hier. Ich denke, wir bleiben hier. In diesem. Okay. Im da? In hier ... In welchem Raum? falls wir hier unterscheidenzen? Ja wunder iTunes. Schönger. In welchem Raum? In welchem Raum? In welchem Raum. Nini? Dann ja Ich bin gerne in diesem Raum, weil er groß ist, Raum, weil er groß ist. Ich würde gerne sein, weil es groß ist. Frau Handa. Welchen Raum findest du? Wo ist der Nominativ? Ja. Der Nominativ ist der Nominativ. Der Nominativ ist nicht der Nominativ. Und nur... Accusativ. Wir sagen, weil sie so gut sind. Der Nominativ ist die Nominativ. Das ist die Nominativ, also nicht die Nominativ. Weil sie so gut sind. Gut. 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 . Oh, ist die Verrschung? Ja, ich habe das Wort. Aber, ist das Verrschung? Das war er nicht so, oder? Ja, das ist der letzte Sache, das ist eine Version, oder was? Version, weil es ein eine Ausblick mit dem Englisch ist.